So, weißt du, wie ich mein? Hä, warum bin ich jetzt da? Hast du da grad eben auch schon vorstand? Echt? Nein, ich stand da auf Nummer... Du bist da nicht gegangen, Stadtmarrich. Ich hab doch noch gar nicht gewürfelt. Doch, krass, eben. Du hast neun, glaub ich, gewürfelt. Ja, okay, okay, ja, dann hab ich aber nicht bewusst gewürfelt. Ja, unbewusst, ne? Ja, ich hab doch nicht hingeguckt. Wie soll ich denn das dann gemerkt haben? Hab ich ja nur gewürfelt? Ja, wenn ich mit euch rede und dabei gestikuliere und der beim Gestikulieren würfelt, wie soll ich denn das mitkriegen, bitte? Oh mein Gott. Ja, hallo, ja. Hallo. Wie soll ich, wie soll ich das mitkriegen? Wegen dir hab ich keine Münzen. Wie, wegen mir? Hä? Wegen Jenny keine Münzen? Ja, wer hat Luat dieses Kampfspiele angeheuert? Wie angeheuert? Hä? Was erzählst du da? Wo, wo durchkam das? Hä? Was ist für ein Kackspiel? Was ist für ein Kackspiel? Was ist für ein Kackspiel? Du hast kein Geld, weil der Bowser da war, wenn du dich dran erinnerst. Nein, der Bowser hat nur von dem Geld aus dem Hotel genommen, wenn du dich erinnerst. Ich hab nicht zugeguckt, als der Bowser da war. Ja, du bist so schlecht im Steuerung. Das war gerade mal zwei Minuten her oder so, ja? A und B. Was musst du mit mir machen? Ich hab keinen Bock mit der Michelle zu spielen. Wieso? Ich mach doch gar nichts. Nee, ich hasse dich. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich dich auch. Ich geh doch nicht sein, wo ich bin. Wir müssen gewinnen, Kevin. Ich brauch Münzen. Geh weg. Nö, ich hab keinen Bock mehr. Ey, Kevin, du darfst nicht immer gehen, Michelle. Hä? Ich mach doch gar nichts. Ich hab's nicht geschafft. Nein! Hä, wo stell ich dich denn bitte schön schlechter? Hm? Ich stell dich nirgendwo schlechter. Du bist die, die hier anfängt irgendwas zu erzählen von ich würde meine Zimmereinrichtung aufeinander nehmen. Das mach ich's doch gar nicht so. Und es wär gruselig gewesen. Michelle, erklär mir bitte eins. Warum sagst du etwas in deutscher Sprache, wenn du's nicht so meinst? Warum hältst du da nicht einfach den Mund? Hallo, du interpretierst das falsch. Nein, tja. Was gibt es an? Du nimmst deine halbe Zimmereinrichtung auseinander, das war voll gruselig. Was gibt es da falsch zu unterbrezieren? Ja, wo hast du voll daran gezogen? Woran gezogen? Nein, nicht nur. Ich hab am Rollo nicht gezogen. Am Rollo? Dann hast du keine Augen im Kopf. Ich habe das Rollo hochgemacht und bin dahinter gegangen. Gezogen ist, wenn man's runter macht. Ich bin dahinter gegangen? Bist du das echt? Ja, du hast noch nicht mal richtig hingeguckt. Okay, mach. Nee. Boah, sowas hasse ich. Du erzählst irgendwas, was du nicht... Hey, es ist doch jetzt egal, oder? Es ist doch egal. Nee, es ist nicht egal. Es geht um eine grundlegende Sache hier. Weil die Michelle scheiße erzählt. Daraufhin erzähl ich, wie sie ausrastet. Jetzt mach einer mal achten. Nein, halt, stopp! Ich mach sie nicht so aus. Halt jetzt mal bitte die Klappe. Ich hab noch Haare. Hallo, kannst du jetzt mal bitte leise sein, wenn ich rede? Lassen wir uns ausreden, oder wie machen wir das hier, ja? Nee, lass uns nicht ausreden. Ja, das merk ich, dass du das wieder nicht kannst diskutieren. Natürlich hab ich übertrieben. Ja. Aber du übertreibst auch maßlos. Ja, okay, wir haben beide übertrieben. Ist wieder alles gut. Jetzt kriegst du 30 Münzen geschehen. Ja? Wo kommen die denn her überhaupt? Weil du letzter bist. Ja! Ja, es hat einmal einen Vorteil, dass ich letzter bin. Ja, okay, wir vertragen uns wieder. Okay. Okay, offizielle Vertragung im Spiel, Leute. Alles geht klar. Schasse dich, Michelle. Ich kann schon nicht mehr lachen. Michelle, weißt du... Weißt du noch mit dem Rot genutzt? Stop! Das muss jetzt nicht sein! Ey, Kevin! Ey, Kevin! Ey, ey, ich hab nix gesagt. Jenny! Die Jenny! Bist du eigentlich schon überfolgerlich? Du erzählst es dir. Ich habe... Ja, aber man muss es nicht wieder machen. Ich habe null. Ich habe gar nichts gemacht, außer gelacht. Und du fängst schon wieder mit Kevin an. Was sollst du das? Ja, weil ich wollte stoppen, dass du es nicht erzählst. Äh, habe ich die Anstalt gemacht, das zu erzählen? Nein, habe ich nicht. Das ist das Ding. Knall einfach auf. Jenny! Jenny, magst du der Community das mal erzählen? Nein! What? Oh Gott! Nein! Es geht? Ich kann ja nicht so gut erzählen wie du, Kevin. Nein! 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 Kannst du mal aufhören, den Pegel vom Mikro die ganze Zeit zu übersteuern? Okay, man. Michelle ist halt von mir Spaß. Ja, das ist ja nicht auf eure Kosten. Und Leute, habt ihr das gehört? Die Jenny hat gesagt, die Michelle wäre eine Spaßbremse. Weil ich glaube, das war zu leise, Jenny. Man hat das nicht gehört. Komm, ich werde kein Wort mehr nach der Aufnahme mit uns. Ich glaube auch, Leute. Boah. Aber Leute, das ist völlig normal bei uns eigentlich. Also das ist nichts besonderes, dass wir uns jetzt so übelst anflamen. Das ist immer so. Oder nicht? Mal spielen, ne? Doch. Wir haben schon lange nicht mehr zusammengespielt. Ja, genau. Eigentlich immer, wenn wir zu dritt gespielt haben. Boah, aber gestern haben wir vorgut kämpft, wenn wir zusammengespielt haben. Ja, okay, das war aber auch was anderes. Aber wenn wir Mario oder so spielen, rasten wir eigentlich immer aus. Da ist das vollkommen normal. Das ist eigentlich auch nicht böse gemeint. Wie das bei der Michelle ist, weiß ich nicht. Das ist nur Spaß. Na gut, Jenny, dass du für die antwortest. Wir merken, dass sowieso keine Antwort sind. Ja, ich krieg den Geldsack. Wer irgendeiner von euch nimmt mir jetzt mein Geld weg? Jetzt habe ich einmal Geld. Einmal habe ich jetzt Geld. Boah, da habe ich ja richtig Geld drauf. Michelle, was ist los? Hallo Michellei. Michelle. Ich glaube, sie ist jetzt beleidigt. Michelle, ist alles gut bei dir? Wir haben es doch vertragen. Unfassbar. Hey Michelle. Unglaublich. Warte mal Steuerung. Na. Warte. Wir haben die gleiche Steuerung. Ja, warte. Wir haben die gleiche Steuerung. Wir haben die gleiche Steuerung. Wir haben die Steuerung überhaupt. Keine Ahnung. Mach doch einfach. Jenny. Hm? Dein Bein. Oh mein, das ist schon ein Tomatensack. Du Tomatensack. Was ist das denn? Ja, Absache, du machst das weiter, ne? Wie? Ja, mach die immer, ne? Kevin, sieg mal was schönes. Der Bärchen brennt der Arsch. Nein, das mischt ja keiner. Ja, was müssen wir überhaupt machen? Das Ei. Ich habe falsch gemacht. Hä, was müssen wir machen? Was müssen wir überhaupt machen? Da ist doch ein Ei in der Mitte. Das musst du nachmachen. Sag mal. Ihr seid so dehnig manchmal, ne? Wo? Wir waren schneller, du hast gecheatet. Ja, natürlich. Fuck. Ja, da hattest du wieder Glück gehabt. Ja, aber die muss ja nur vier steil erraten. Wie? Die hat nur vier? Ja, nein, ne? Ja. Ja, und? Aber vier ist trotzdem ein... Vier ist... Ja, weiß ich nicht, ob da so viel ein... Ja. Ja, egal. Michelle, ich gönn dir das Geld. Wow. Ja, ich finde gut, dass du gewonnen hast. Wie komme ich denn dazu? Ja, wirklich. Ich finde es gut, dass du gewonnen hast. Ich freue mich für dich. Ich bin nicht einmal nett zu dir und du glaubst es mir nicht. Komisch. Aber wenn deine Mütze jetzt halbiert sind, dann bin ich wieder nett zu dir. Hä? Wenn deine Mütze jetzt halbiert werden, dann bin ich wieder nett zu dir. Leute, zieht euch das rein. Was? Was? Ja, es gibt doch einen Gott, der gerecht ist. Ja. Ey, das ist aber echt recht mit dir wahrscheinlich. Der Gott ist gerecht. Michelle, es tut mir sehr leid, dass du so viel Münzen verloren hast. Ich bete für dich, dass die wiederkommen. Achso. Wie sollen die denn wiederkommen? Aber zieht euch das rein, Leute. Jetzt bin ich nett zu dir. Ich habe also mein Grad an Aufregung, an Ärgernis überwunden und jetzt ist sie angesickt. Ja? Unfassbar. Ich kann ja meine Haare rausreißen. Vielleicht ist es ja dann besser. Besser. Du kannst das nicht nachmachen. Ich weiß. Das Original ist immer noch Beste. Beste. Haftbefehl. Das ist das Beste. Hm. Kennst du nicht, ne? Doch. Du hörst auch mal Haftbefehl, ne? Hör ich, nein. Hafti, ne? Ja doch, wir hören noch mal Hafti-Rap. Ja, aber heftig. Aber heftig, haftig. Ja.